Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Survival-Podcasts. Mein Name ist Johannes Vogel. In den letzten beiden Folgen des Podcasts über Schnürerstellen habe ich euch die grundlegenden Techniken gezeigt, mit denen Schnüre hergestellt werden können. Heute wollen wir diese Techniken anwenden, um damit zu angeln. Ich habe euch heute Szenen mitgebracht und mit diesen Szenen lassen sich sehr stabile und gleichmäßige dünne Schnüre herstellen. Ich benutze so eine Schnur als Vorfach zum Angeln. Jetzt habe ich die Szenen aus einem toten Tier entfernt und sie getrocknet und weich geschlagen. Um sie jetzt weiter zu verarbeiten, muss man sie etwas anfeuchten. Am besten geht das mit Speichel und miteinander verzwirbeln. Dazu verwende ich genau diese Technik, mit der ich auch die Brennsel-Schnur hergestellt habe. Ich ziehe dünne Fasern ab, befeuchte sie und verdrehe sie miteinander. Dabei entsteht eine immer längere Kordel. In die ein Haken eingefasst werden kann. Meinen Angelhaken stelle ich hier aus einem Stückchen Knochen her. Den Knochen habe ich einfach im Wald gefunden. Der hat einmal zu einem Hund oder zu einer Katze gehört. Um ihn zu einem Angelhaken verwerten zu können, muss ich erst einmal ein kleines Stückchen abspittern. Und mit diesem abgespitternen Knochenstückchen kann ich jetzt meinen Haken formen. Dazu forme ich erst einmal grob einen Dorn, der etwa 2 cm lang und etwa 2-3 mm dick sein sollte. Wenn der Dorn fertig hergestellt wurde, wird in die Mitte dieses Dornes ein kleines Loch gebohrt und durch dieses Loch wird die Sehne gesteckt. Die Sehne wird mit der Schlaufe am Anfang durch das Loch gefädelt und über die Spitze dieses Dornes gezogen. Wenn das passiert ist, ist der Dorn auf der Schnur befestigt und kann nicht mehr herunterfallen. Jetzt habe ich ein Vorfach, das ich aus der Sehne hergestellt habe und einen Angelhaken, den ich aus Knochen hergestellt habe. Das Vorfach hat einen einfachen Zweck. Wenn ich später angle, dann habe ich eigentlich nicht Lust, 10-20 Meter Schnur alleine mit dünnen und kurzen Sehnenstückchen zusammenzufädeln. Also mache ich eine recht grobe Schnur aus Brennnesselfasern. Die Schnur hat eine Haltbarkeit von etwa 1,5 kg, wenn sie dünn und gleichmäßig gemacht wurde. Das bedeutet, dass die Fische, die wir damit aus dem Wasser ziehen können, etwa auf die Größe von mittleren Weißfischen oder kleinen Barschen beschränkt ist. In einer Notfallsituation ist es aber im Grunde genommen ausreichend, wenn man so kleine Fische fängt. Langsam wird die Schnur immer länger. Und gleichmäßiger. Sieht schon mal ganz gut aus. Um den Fang nun zu optimieren, stelle ich jetzt keine 4 oder 5 Meter Brennnesselfasern her, sondern ich habe hier schlicht und einfach etwa 30 cm Schnur hergestellt. Die Schnur ist jetzt gleichmäßig und gut belastbar. Und ich bin jetzt an das untere Ende, die Vorfachschnur. Die Vorfachschnur ist auch etwa 20 bis 25 cm lang. Und am Ende dieser Vorfachschnur ist der Angelhaken eingebunden. Wenn ich jetzt an das Ende dieser Angelschnur das Vorfach einbinde, das mache ich am besten an der Schlaufe, an der ich begonnen habe, die Brennnesselfasern herzustellen. Dann habe ich ein System aus einer stabilen Hauptschnur und dem darunter gelegenen Vorfach mit Haken. Ich habe mir jetzt einen Schwimmkörper hergestellt und in diesen Schwimmkörper wird ein Mast eingepasst. Wenn dieser Mast hier einmal kreuzweise festgebunden wurde, wird am unteren Ende die Schnur mit dem Haken befestigt und hier oben wird das Holz gespalten und ein Segelwert eingepasst. Die Puppe ist jetzt fertig und kann als Notangel verwendet werden. Der Aufbau ist folgendermaßen. Hier habe ich meinen Schwimmer und ein Segel angebracht. Das Segel kann noch ein bisschen festgebunden werden. Unten am unteren Ende dieses Mastes ist jetzt meine Angelschnur und der Haken mit Köder angebracht. Die fertige und beköderte Puppe wird jetzt einfach aufs Wasser gelegt. Am besten an dem Seeende, von dessen Richtung der Wind kommt. Beißt jetzt ein Fisch an, dann zieht er die Schnur nach unten und die Puppe stellt sich auf. Dadurch wird das Segel in den Wind gehalten. Man erkennt, ein Fisch ist dran und die Puppe wird an den Rand des Sees getrieben. Natürlich muss man dann auf der anderen Seite des Sees warten oder auf den See rausschwimmen und den Fisch rausholen. Wenn sie dann so nah am Ufer ist, dass ich sie mit einem Stock oder mit der Hand sogar erreichen kann, nehme ich sie auf dem Wasser und hoffe, dass ein Fisch dran ist. Bis zum nächsten Mal.